Der zu einem verheirateten Mann geht, die Frau mit einem lüsterten Blick anguckt, sie begehrt und die Frau von ihm ausspannt. Musst du dir mal vorstellen, du hast mehr Moral und Ethik und Anstand als dein eigener Prophet, weil du würdest es nicht tun. Das war Surah 33, hast du gesagt, ne? Surah 33, Vers 37, Tafsir Al-Kurtubi, Band 14, Seite 172. Da findest du die Erläuterung zu dem Vers. Das ist eine einzige Katastrophe, Mann. Ich werde es auf jeden Fall recherchieren, so ist es nicht. Auf welcher Seite hast du das gerade recherchiert? Also auf welcher Seite hast du es mir gerade vorgelesen? Ich habe dir das gerade aus dem Tafsir von Al-Kurtubi, Band 14, Seite 172 zitiert. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss noch überstehen. Du selber sprichst kein Arabisch, deswegen können die mit dir spielen. Sie können mit dir spielen und dich von morgens bis abends anlügen, weil du sowieso keine Ahnung hast von der arabischen Schrift. Also kannst du auch nicht selber eintauchen, um das Ganze nachzulösen. Du brauchst also einen unabhängigen Araber, der kein Muslim ist, der das für dich sofort nachschlagen kann. Ja, ich sag mal so, wenn das so ist, dann wäre es doch genau das gleiche Beispiel. Woher sollen dann die Menschen wissen, dass Martin Luther wirklich die Bibel original übersetzt hat? Das ist ja genau das Gleiche. Er kann ja auch das in seine positiven Einflüsse einbeziehen lassen. Ich habe gesagt, wenn du nach dem Beispiel gehst, dann wäre es doch genau der gleiche Fall. Wir haben doch gerade über das moralische Beispiel gesprochen und ihn als sein Vorbild zu nehmen. Amir, lass mich doch bitte ausreden. Wenn wir nach der Überlegung, dann könnte man doch auch sagen, woher weiß man dann, dass Martin Luther die Bibel wirklich richtig übersetzt hat? Vielleicht hat er das auch so gemacht, dass es viel passt, dass dann niemand das herangestellt hat. Wir haben den Urtext, wir können es nachvollziehen. Ja, wir haben doch auch den Urtext, deswegen sag ich doch zu dir, ich muss recherchieren und schauen, in welcher Übersetzung es wie rüben steht. Es kann nicht nur eine Übersetzung stimmen, wie ich dir gesagt habe schon davor. Nein, es befindet sich im Koran, in der Versuche 33, Vers 37, Tafsil Al-Kurte, wie Band 14, Seite 172. Das ist aus dem Koran. Und dazu musst du die Tafsill lesen und begreifen, was dort passiert ist, die Geschichte. Ja, ich werde es ja dann lesen, habe ich ja gesagt. So ist es nicht. Aber ich glaube dir nicht, das, was du gesagt hast, ohne es selber gelesen zu haben. Weil, wie gesagt, du kannst mir auch sagen, dass der Film... Ich sage dir, sobald du tief eintausend in den Islam, mein Lieber, sobald du tief eintausend in den Islam, wird es sehr, sehr problematisch für dich, glaub es mir. Naja, ich weiß nicht, also seitdem ich tief eingetaucht im Islam, lebe ich viel friedlicher und ich habe wirklich gar keine Sorgen mehr, mein Lieber. Du kanntest das doch gar nicht. Du kanntest das doch gar nicht. Naja, wie sollte ich das gar nicht kennen? Ich habe, ich habe, ich sage mal so, ich habe meine Säulen gekannt, ich habe meine Frieden gekannt. Ich habe gesagt, ich habe mich nicht so stark mit meinem Glauben beschäftigt. Ich habe meine Säulen gekannt, ich habe meine Frieden gekannt, mehr nicht. Aber ich habe gesagt, ich habe sie es ja selber gewusst. Du hast nur oberflächlich an der Oberfläche gekratzt. Du bist also nicht tief eingedungen. Amir, wenn du mir noch einmal dazwischen hielst, dann gehe ich raus. Bitte. Ich lasse mich noch mal aus. Du redest einfach und du gibst, dass du dich nicht damit beschäftigt hast. Ich sage doch zu dir, ich habe mich mit meinen Pflichten auseinandergesetzt. Dann halt diese ganz normalen Basic-Sachen, wann ist mein Profit gefordert, das Ganze. Aber ich habe nie gesagt, ey, ich muss mal die Koranverse wirklich mal nachschauen, was steht überall, wo alles drin. Habe ich mich in letzter Zeit gemacht, so ist es nicht. Wäre ich negativ darauf aufgefallen, hätte ich gesagt, ey, weißt du was, du hast mir die Augen oft gemacht. Aber es ist ja nicht so ein Fall. Ich habe wirklich ganz andere Sachen gelesen, wie das, was du sagst, was ich dich fragen wollte, jetzt von Anfang an. Wo ich aber nicht dazu komme, weil du die ganze Zeit von Thema zu Thema springst. Du kannst ja deinen Glauben leben, aber warum versuchst du, deinen Glauben gut zu reden, indem du den anderen Glauben schlecht trittest? Wir haben nicht diese Einstellung. Also ich persönlich habe sie nicht. Und ich kenne auch nicht viele Muslime, die sagen, ey, ich muss jetzt den Christentum schlecht reden, nur dass mein Glauben richtig steht. Ja, du weißt, um das zu tun. was du warst, deinen Content zu ziehen und irgendwie versuchen, deinen Hauptjob dadurch zu fördern. Und sagen, ich bin Ex-Muslim, ich bin jetzt der gläubige Christ, der Islam ist schlecht, dies, das. Du kannst sagen, Leute, wenn ihr dem Islam, wenn ihr was wissen wollt, warum ich aus dem Islam ausgeteilt bin, ich könnte es auch gerne recherchieren einfach. Aber nicht sagen, unser Prophet ist ein Sündiger, unser Prophet ist ein Pädophiler, unser Prophet ist ein Spanner. Wenn du dich emotional reagierst, wäre ich emotional. Da steht doch im Koran, dass er ein Sünder ist. Da steht im Koran, dass er ein Sünder ist. Sünder nicht. Und Sünder nicht. Und Sünder nicht. Sünder nicht. Er hat auch Fehler gemacht. Weil jeder Mensch hat Fehler gemacht. Genauso wie Jesus Christus auch Fehler gemacht hat. Jesus Christus hat Fehler gemacht, er ist fehlerfrei. Fehlerfrei. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welche, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo aus der Bibel das stand, aber es gibt doch eine Überlieferung, wo Jesus, ich weiß nicht mehr, wo er lang gelaufen ist, aber er hat Hunger, läuft er, sieht er von Weitem einen Feigenbaum. Er läuft, er geht mit seinem Kamel oder fährt je nachdem dahin und dann merkt er, dass er, dass da doch keine Feigen sind. Das heißt, er hat halt schenriert. Das heißt, er hat einen Fehler begangen. Boah, das ist jetzt kein Fehler. Ist es jetzt kein Fehler, wenn du etwas falsch schießt? Ich weiß es nicht, also du kannst es mir ja gerne sagen. Mein Lieber, was erzählst du da für einen Quatsch, Mann? Was erzählst du da bitte? Ich meine nur, ich sag mir, ist es kein Fehler für dich in den Augen, wenn du etwas falsch schießt? Ist es ein Fehler, ja oder nein? Es ist einfach ein Quatsch für mich selbst. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Autobahn-Ausfahrt übersiehst, war es kein Fehler. Du erzählst einfach, ohne irgendwelche Quellen zu nennen. Ich würde dir gerne, ich würde dir gerne, ich würde dir gerne Quellen nennen. Ich würde dir gerne Quellen nennen, aber ich will keine Falschaufsäure von mir geben. Das ist nicht meine Art. Aber, ja, ich meine, dein Chat... Mein Lieber, der Herr Jesus Christoph... Wie gesagt... Setz du dich erst mal bitte auseinander mit... Mein Lieber, guck mal, ich liebe dich. Setz du dich bitte auseinander mit 33, 37 und dann prüf das bitte nach. Den Tafsien, die erläutert uns... Ich werde mir damit... Ja, genau. Den Tafsien von Al-Azhabi zu dem Vers findest du im Band 14, auf der Seite 172. Such dir bitte einen Araber, der kein Muslim ist, der dir das vorliest. Und dann wirst du den Schock deines Lebens bekommen. Werde ich machen. So ist es nicht. Ich werde es auf jeden Fall recherchieren. Aber, wie gesagt, was ich dir sagen wollte, ich verstehe nicht, warum... Warum nennst du dich Ex-Muslim zum Beispiel? Du kannst ja nicht Muslim gewesen sein, aber warum versuchst du das, um die Aufmerksamkeit oder um irgendwie Reichweite zu bekommen? Für mich persönlich... Warte, warte. Für mich persönlich... Ja, unter dem Seudonym Ex-Muslim. Warte, für mich persönlich ist das irgendwie eine kleine Lachung mal. Also, weil da merkt man, dass ein Mensch versucht, alles wirklich zu machen, nur an die Reichweite heranzukommen. Reichweite. Indem ich mich mit Wort bedrohen lasse, indem ich mich mit Wort bedrohen lasse, der Reichweite generieren, ne? Ja, warte mal, warte. Bin ich hier irgendein TikToker, der irgendwie rumtanzt und rumalbert oder was? Hier geht es um ernste Themen, Mann. Nein. Du kannst ja nicht... Warte mal. Du kannst doch über dein Christentum reden. Ich sage das nicht. Ja, mach ich doch. Ich rede über beide Glaubensrichtungen. So. Du kannst gerne mit mir reinkommen. Wir können über das Christentum sprechen. Wir können über den Herrn Jesus Christus sprechen. Wir können über den Islam sprechen. Es ist uns doch frei. Wir leben in einem meinungsfreien Land. Willst du den Menschen verbieten, über das zu reden, was sie... Ich habe dir doch gerade nicht verboten, was du machst. Ich frage nur, warum. Ich frage nur, warum. Das ist das Gleiche. Jeder Mensch kann ja machen, was er will. Das ist ja nicht so. Ich meine, wir kennen alle zum Beispiel diese militante Veganerin. Die macht ja auch... Was? Du hast dir gerade die Frage beantwortet. Jeder Mensch kann machen, was er will. Ich frage dich doch deswegen, aber warum machst du das? Kann man... Du kannst zum Beispiel... Du kannst mit links essen. Kann ich dich nicht fragen, warum du mit links sitzt? Ich frage dich eine ganz normale Frage. Ja, deswegen sage ich dir... Deswegen sage ich dir, der Gott des Islams, Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein. Stimmt das? Für uns musst du mehr? Ja, siehst du, wir Christen sagen, nein, Allah ist der Teufel. Wie passt das denn dann zusammen? Ey, Leute, mit alles, was in der Bibel geschrieben steht. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Jesus ist nicht Gott im Fleisch. Jesus wurde nicht gekreuzigt. Er ist auch niemals auferstanden und die Bibel ist verfälscht. Ja, die Bibel glaubt, wir müssen wir bekämpfen nach Surin 9, Vers 29. Was soll das, Mann? Ja, jetzt wie gesagt... Ja, siehst du, du kommst einfach mit deinem Koran an, das ist der Teufel gegenüber den Juden und Christen ist. Und dann verlangst du von mir, nicht darüber zu reden. Dein Koran hat doch damit angefangen. Dein Koran beleidigt die Juden und Christen. Dein Koran leugnet die gesamte Bibel. Dein Koran greift die Bibel an. Und dann soll die Christen den Mund halten, oder was? Hat die Bibel die Juden niemals beleidigt? Oder niemals in Frage. Hier geht es darum, dass deine Schrift uns beleidigt und wir unseren Mund halten müssen, oder was? Ja, und ich frage dich doch, deine Bibel hat es doch auch gemacht. Warum sollen dann die Juden nicht ihren Mund halten? Warum sollen dann die ihren Mund halten, beziehungsweise? Ja, die Juden kommen und greifen uns nicht physisch an. Nur der Islam macht das in Surah Neufels 29. Ich sage, willst du mal zehnmal? Wenn dich jemand... Wenn dich jemand... Amir, wenn dich jemand psychisch... äh, physisch angreift, ne? Dann greift er dich nicht an, weil es ihm Allah befohlen hat, sondern ich glaube eher, dass er dich angreift, weil er so freie Emotionen macht. Ach nein, Allah sagt es doch in Surah Neufels 29. Was sagt denn Allah in Surah Neufels 29? Allah sagt es doch in Surah Neufels 29. Sag es mir erst auf Arabisch. Sag es mir bitte erst auf Arabisch. Ja, lies mal vor uns. Ja, lies. Du kannst doch kein Arabisch. Doch, ich kann Arabisch. Warte. Ja, dann lies mal. Ich habe einen Koran im Handschirm. Ich halte die Juden. Warte. Ich suche gerade eine Ratschlitte. Dann lese ich kurz. Ja, okay. Du kannst zwar Arabisch lesen, verstehst auch Arabisch. Ja, ich sage ja zu dir, ich verstehe es nicht, deswegen recherchiere ich. Ja. Es ist schuldig, was wir zu verstehen. Kannst du die Bibel auf Hebräisch lesen? Verstehst du das? Ich vertraue der Übersetzung, genau wie du der Übersetzung vertraust. Ja, sag ich doch. Aber du schaust auch nach der Übersetzung. Oder weißt du, wenn du auf Hebräisch lebst, weißt du, was es direkt auf Deutsch heißt? Nein, weißt du nicht. Ich weiß doch genauso nicht. Mein Lieber, du willst gleich rechts ranfahren, um die arabische Bibel, äh, arabischen Koran zu lesen. Was nützt es dir, wenn du es sowieso nicht verstehst? Du hast doch gerade zu mir gesagt, zeig mir, dass du arabisch lest. Du kannst bestimmt nicht einmal arabisch lest. Ich habe gesagt, okay, ich halte jetzt an, ich lese vor. Nein, ich habe gesagt... Was bringt es mir, wenn du es vorliest, wenn du nicht einmal weißt, was da drin steht? Und ich sage zu dir, und ich sage zu dir, und ich sage zu dir, und ich sage zu dir... Du kannst doch, du bist 29, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben, von denen ich das verbiete, was Allah und sein Gesandter verboten hat, von den Leuten in der Schrift, bis sie eigenhändig den Tribut entrichten in vollster Niedrigung. Ja, aber warte mal. Lass uns jetzt mal nicht von Thema zu Thema springen. Ich will nur noch ganz kurz was sagen. Du sprichst von Thema zu Thema. Du sagst, Armin, du sprichst von Thema zu Thema zu Sprung. Du ziehst mir Koranverse auf, die du inhalierst haben sollst. Ähm, sagst, das steht da drin, das steht da drin, das steht da drin. Was? Ja, ich stelle mir nichts in Sprengangaben. Du machst gar nichts. Lass uns doch. Wie gesagt, du kannst, was ich nicht fragen wollte, warum dein Content unbedingt erst zu tun hat. Jetzt stelle ich mich auseinander, erst mal mit Suche 33 für 37, dann kommst du wieder und wir können darüber reden. Ist das fair? Ja. Meine Herren, meine Fressen. Könnt ihr mich hören? Quelle habe ich nicht einmal gehört. So geht man doch in keine Konversation, wenn man einige... Ja, das habe ich damals gehört. So und so. Das, das ist so heftig, ey. Ja, damals, Dr. Scherer, aber dann habe ich gehört. Ich wollte es dir mal sagen, wir können ja dann irgendwann mal gucken, wo es in der Bibel verzeichnet ist. Jalla. Ach, heftig, ey. Hallo, liebe Amir. Gottes Segen für dich und deine Familie. Ja, Gottes Segen auch für dich und deine Familie. Grüß dich. Danke schön. Wie geht es dir? Alles gut? Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Ich habe mir gerade in meine Stimme hier ein bisschen rausgeschrien, ey. Den Kleid aus meiner Seite rausgeschrien. Du bist der Beste hier drinnen, ja. Ich lache mich immer schlapp. Nein, der Jesus ist der Beste. Der Jesus ist der Beste. Finde ich. Aber mal kurz zu den lieben Muslimen hier drinnen, ja. Ihr liebe Muslime, wie könnt ihr denn immer sagen, dass Amir lügt und tut und macht? Er zeigt euch alle Quellen, alle Suren, alle Bücher und ihr seid alle so faul und nehmt nicht einmal was in der Hand, um das zu prüfen. Und dann kommt ihr alle hier rein, über 600 Leute und greift alle Amir an. Die Wahrheit könnte zu einem unangenehmen Ergebnis führen. Und darauf haben die meisten keine Lust. Leider, da hast du recht, Amir. Jesus könnte die vielleicht ihre Augen öffnen, was denen vielleicht mal sehr, sehr, sehr wichtig wäre, euch mal die Augen zu öffnen. Liebe Muslime, guckt doch mal selbst. Zum Beispiel, euer Gott, ne, das ist nicht unser Gott der Bibel. Allah ist nicht unser Gott. Yahweh, unser Gott der Bibel, das ist nicht. Und euer Isa, das ist auch nicht unser Jesus. Euer Isa ist ein ganz anderer Jesus. Der ist, ich glaube, gestorben oder nicht gestorben. Er ist nicht gekreuzigt worden. Oder zum Beispiel, was macht ihr aus dem Ende? Ja, siehst du, das ist also ein Angriff. Der gesamte Koran ist ein Angriff an die Bibel. Die Bibel sagt, Jesus ist ein Sohn Gottes. Jesus ist Gott im Fleisch. Die Trinität wird dort gelehrt. Und Kreuzigung, Auferstehung. Und der Koran sagt, nein, wenn ihr an das glaubt, dann werdet ihr euch bekämpfen aufgrund eures Glaubens. Ja, und warum? Allah heißt keinen Ton. Allah ist nicht der Vater. Und es gibt keine Trinität. Jesus ist nur ein Prophet. Ja, was soll das? Das ist ein kompletter Kampf gegen die Bibel. Genau, es ist ein kompletter Kampf und ein Angriff gegen unseren Herrn und gegen unseren Glauben. Und das ist der antichristische Geist, den ihr habt. Das hört sich schwer an und es hört sich heftig an, diese Worte. Aber liebe Muslime, hätten wir Christen euch nicht gerne gehabt, dann hätten wir euch das überhaupt gar nicht erzählen müssen. Wie zum Beispiel Amir es macht. Er hat es einem im Endeffekt gar nicht erzählen müssen. Er hätte euch einfach euren Glauben lassen können und euch nicht aufgeklärt. Und was wäre dann? Schaut doch mal, was macht ihr denn aus dem Himmel? Bei uns ist der Himmel ein heiliger Ort, wo Gott angebetet wird. Ihr macht aus dem Himmel ein Puff, liebe Leute. Das hört sich jetzt gerade scheiße an. Ich weiß, ja, weil ich liebe... Bitte nicht machen. Ja, aber da hat sie recht. Also der Allah macht ja aus dem heiligen Ort den Himmel, macht ja so einen unheiligen Ort mit dieser Al-Hurl-Ein und einem immer erigierten Palmen, P-I-N-I-S, und Jungfernhäutschen zerfetzen und sowas. Allein das müsste doch schon reichen, um zu sagen, der Islam ist doch irgendwie ganz, ganz komisch in seinen Bestandteilen. Das kann doch nicht die Himmelsvorstellung sein. Ein Freudenhaus, ja, genau. Bäche voll mit Alkohol und Honig und Milch, köstlich für die Trinkenden. Man wird dann nicht mehr betrunken und man kann so viel saufen, wie man will. Merkt ihr mit, was der Mohammed die Leute so angelockt hat? Weil damals in der Wüste gab es ja gar nicht solche traumhaften Sachen, wie es heute hier gibt. Da hat er die gelockt mit Frauen, mit Essen, alles, was so physisch ist, was den Bauch begehrt. Also nichts Geistliches. Nichts Geistliches. Die Araber damals haben auf sowas gestanden. Auf Frauen mit üppigen, schwellenden Brüsten und riesen Hintern und so. Und das hat der Mohammed denen alles versprochen. Er hat gesagt, ja, natürlich kriegt ihr das alles. Ihr werdet das alles bekommen, wenn ihr mit mir in den Dschihad zieht. Ja? Da kriegt ihr sogar noch das Märtyrertum. Das heißt, wenn ihr im Kampf sogar fällt, dann bekommt ihr sogar noch eine Belohnung dafür. Ja. Ja, da gibt es ja den Hadith. Unser Gesandter, der, ähm, unser Prophet, der Gesandter unseres Herrn hat uns befohlen, euch zu bekämpfen und euch vor die Wahl zu stellen. Und, äh, von euch Jizia zu nehmen. Und wenn einer von uns getötet wird, dann wird er ins Paradies gehen, um ein so luxuriöses Leben zu leben, was er noch nie gesehen hat. Boah, das ist so heftig. Stell dir mal vor, du gibst deinen Anhängern sowas mit und die sind dann bereit für dich die ganze Zeit zu morden, zu kämpfen. Und wenn sie dann fallen, also sterben, denken die, oh, ich krieg Märtyrertum. Ich geh direkt ins Paradies. Und bin dann beschäftigt mit meinem Juhudel Ayn. Gehirnwäsche ist das, Mann. Gehirnwäsche. Bitte öffne du die Augen der Muslime und der Andersgläubigen, Herr. Lass sie deine Herrlichkeit sehen, Herr Jesus Christus. Wie herrlich du doch bist und du uns wegbringen willst von diesem Wahnsinn. Das ist kein Himmelreich mehr. Das ist fernab hier glischer Realität. Oh, Mann. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes, für die ganzen Geschenke. Ihr wundervoll. Dankeschön. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, büden und beschützen und euch das zehn Millionenfache zurückgeben. Möge der Herr. Möge der Herr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Oh, mein Akku. Wie kann man, Ich habe das? Ich habe es jetzt noch mal, ich habe das? Du bist verloren, oh mein Gott. Aber erst mal, Gott segne dich und deine Familie. Also meine Frage lautet, der Heilige Geist, sei Gott richtig? Ja, aber warum sagst du, Gott segne dich und deine Familie aus? Weil dein Gott Jesus ist, wir haben verschiedene Götter. Ja, aber du kannst trotzdem sagen, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe im Allgemeinen gesprochen, Gott segne dich und deine Familie. Ja, okay, jetzt meine Frage lautet. Wiedersicht, Wiedersicht. Nein, ich begrüß dich gleich. Ja, okay, dann halt du alle, komm, halt auf die Schau. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich kämpft dir auf die Schauspielerin. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich spiege, ich spiege, ich fahre. Ja, okay, ich rede. Ja, okay. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da habe ich ja jedes Mal sage ich ja dann, der muss ja nicht explizit erwähnen, der Jesus Christus hat ja den Vater erwähnt, weil der Vater in dem Falle derjenige ist, der den Tag des jüngsten Gerichts kennt. Aber wenn die darauf ausgehen, was man explizit und was man nicht explizit erwähnen sollte, wie gehen die Muslime dann um, dass ihr Prophet Unterhosen geklaut hat? Das müsst ihr euch mal geben, bitte, zieht euch das bitte rein, Mohammed klaut Unterhosen. Warte mal. Ich möchte auch, dass Allah explizit denjenigen erwähnt, der die Unterhosen geklaut hat. Warum hat er nicht erwähnt, dieser Allmächtige, Allwissende? Ich möchte auch, dass ihr euch mal wieder aufhosen, dass ihr euch mal wieder aufhosen, Okay. 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 Sollte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.